Alter, ey. Dieser Film ist der Hammer. So gut. Alter, das ist kein Film. Das ist ein Spiel! Ich höre gerade. Und nun schalten wir zu unseren Außenkorrespondenten Jaco und Felix auf der E3 in Los Angeles. Jo, meine Junges, mein Name ist Dena und willkommen zum dritten Tag der E3. Es ist wieder mal krasser Sonnenschein. Wir wollen uns eigentlich viel lieber sonnen, aber es gibt ja noch die zweite Halle, die West Hall, zu erkunden. Du warst schon da heute, ne? Heute war ich noch nirgendwo. Aber gestern war ich schon da. Da ist unter anderem Nintendo. Das neue Super Smash habe ich gesehen, aber noch nicht gespielt. Da habe ich richtig Bock drauf. Und die Playstation und Microsoft-Stände sind da. Wie fandst du es bis jetzt? Sehr, sehr geil. Also vor allem das neue Rainbow Six, glaube ich das, was mich am meisten interessiert. Und das war schon mal richtig geil. Nice! Okay, lass mal reingehen. Yeah! Super Smash Brothers! Wir zocken jetzt Super Smash Brothers für die Wii U und ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Nee, 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 nee. Du kannst nicht dasselbe nehmen wie ich. Das geht nicht. So, wir sind jetzt hier in der Play Area und hier ist der liebe Rico. Der hat uns nämlich jetzt die letzten 20 Minuten alles ganz genau erklärt und auch ganz viel über das neue War of Warships erklärt. Und wir haben währenddessen herausgefunden, wow, es gibt noch eine Tablet-Version von diesem ganzen Zeug hier. Und das werden wir jetzt mal anspielen. Jetzt spielen Felix und ich mal zusammen. Das war Wargaming mit World of Warships und World of Tanks Blitz fürs Tablet. World of Warships ist ein sehr, sehr großes, ausgefallenes und auch sehr langsames Spiel. Für meinen Geschmack nichts, aber über Geschmack lässt sich ja leider wieder mal nicht streiten. World of Tanks Blitz war da schon eher mein Ding. Da konnte man das Tablet schön in die Hand nehmen, konnte die Settings sogar individuell für sich einstellen. Und ja, es war einfach ein bisschen schneller, ein bisschen kleiner und ging ein bisschen schneller vorbei. World of Tanks Blitz Also Playstation hat auch nicht so einen kleinen Stand. So, wir stehen hier vor dem Stand von Destiny. Wirkt irgendwie wie Star Wars X Borderlands und scheint scheinbar kein Open-World-Titel zu sein. Aber ansonsten sieht es schon schick aus. Auch so dieses Speeder wollte ich als Kind schon immer mal haben. So, und wir spielen jetzt etwas Diablo-Frei für die PS4. Ja. Sniper Elite! Ja, Sniper Elite 3! War ganz nett auf jeden Fall. Ja, also die Tötungsanimation, wenn du getroffen hast, war ein ganz wichtiger. Genau. Aber ansonsten halt schleichen, schießen, schleichen, schießen. Ich habe aber auch Dying Lights noch gespielt. Das ist irgendwie so ein Zombiespiel, ich weiß es nicht ganz genau. Und das hat aber ziemlich viel Spaß gemacht. Aber ich weiß nicht genau, ob das Uncut in Deutschland rauskommt, weil es schon relativ brutal ist, weil du die Zombies hast. Und ich hatte dann so eine Nagekeule, wo ich dann Schädel einschlagen musste, natürlich wegen Zombies. Und das war schon relativ übel. Aber hat Spaß gemacht, dann so Fallen aufstellen. Liebe Nerds da draußen, die E3 ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dena schmeißt seinen Kram weg. Das ist auch sehr schön. Die Sonne scheint immer noch sehr nice. Hast du so ein Fazit vielleicht noch? Was war dein Favorite? Mein Fazit von der ganzen Messe? Also ich fand halt Tom Clancy, Rainbow Six richtig cool. Auf das freue ich mich. Ansonsten erstaunlich klein die Messe, muss ich sagen. Also es ist echt nur zwei Hallen so. Ich hätte mit mehr gerechnet, weil man halt die Gamescom gewöhnt ist. Die Gamescom ist natürlich sehr, sehr, sehr viel größer. Aber das Coole hier ist halt, es ist auch geballt. Also du hast denselben Content irgendwie auf mega wenig Platz. Und deswegen war das für uns weniger Fußarbeit. Das kommt uns ja entgegen. Und auf jeden Fall auch ganz viel Exklusivsachen so. Also Sachen, die wir hinter verschlossenen Türen halt sehen durften schon, was viele noch nicht sehen durften. Das fand ich sehr, sehr interessant. Definitiv. Also wir geben zurück ins Studio und wir sehen uns dann wieder in D-Land auf der roten Couch. Macht's gut. Wow. Wir sind wieder in Berlin. In den Textkalibur Studios, wie ihr gerade gesehen habt. Ja, genau. Und übrigens, falls ihr wissen wollt, was es sonst noch so gab, zum Beispiel Essen, Trinken, Bequatsch. Alles andere, was es in L.A. eben noch so gab, das findet ihr bei uns auf dem Kanal. Future. Genau. Schaut da mal vorbei und das ist es schon. Genau. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, Jaco und Felix, unsere Außenkorrespondenten auf der E3 in Los Angeles. So Leute, Jaco hat uns ja schon in der Folge von Freitag ein bisschen was über seine ersten Eindrücke von The Crew erzählt. Ja, The Crew ist dieses aufgrund seiner Größe, Grafik und Mechanik heiß erwartete Spiel, bei dem ihr euch ab dem 11.11. hinter den Linker schwingen könnt. Wenn ihr aber keinen Bock habt, noch so lange zu warten, dann haben wir eine coole Ankündigung für euch, Philippe. Genau. Ihr könnt euch nämlich jetzt für die geschlossene Beta-Version von The Crew anmelden, die am 23. Juli startet und so allen anderen schon mal davon fahren. Wenn ihr Bock habt, also versteht ihr so Vorsprung und davonfahren und ist gut. Freigegeben werden Spielinhalte für ungefähr sechs Stunden und ihr werdet schon einen Großteil der nachgebildeten US und A befahren können. Genau. Den Link für die Beta-Bewerbung packen wir euch in die Beschreibung. Was ist da unten? Wie findet ihr die Betas bzw. Demos? Kauft ihr euch überhaupt noch Spiele oder Demos oder was macht ihr, um vorher Spiele anzugucken? Da unten rein. Ein Fakt, der viele, viele Fans umgehauen hat, war der neue Zelda-Trailer für die Wii U. So hat's dich jetzt auch umgehauen? Aha. Ach so. Der Trailer zeigt Link auf einem begrasten Hügel, der die riesige Spielwelt vor sich bewundert, angeblich alles frei bereichbar. Nein, nicht das, das ist Wiese. Ah, okay. Verstehe. Ein laserverschießender Oktopus bricht hervor und jagt Link inklusive seiner treuen Gefährtin Epona in den Wald. Das ist schade. Ein Kampf entfacht! Link kann mit Mononoke-Bogen-Style dem Monster einige Pfeile verpassen, ehe ein explosiver Laserpfeil das Ganze beendet. An sich ein sehr guter Trailer, der jedoch unter den 100 anderen fantastisch animierten Trailer nicht so sehr auffiel. Was uns im Herzen weh tut. Eiji Aonuma bestätigte nun allerdings, dass es sich beim Trailer um eine Gameplay-Aufnahme handelt. Um eine Gameplay-Aufnahme! Wenn das Zelda schon so nice aussieht, wird's echt, echt fit werden lassen. Glaub ich nämlich auch. Link ist übrigens nicht mehr grün, sondern in ein schickes Blau gewandet. Ungefähr so wie die Polizeiautos hier, ne? Die waren ja auch erst grün, jetzt ist die blau. Vielleicht eine Anspielung auf Wind Waker, wo man am Anfang dieses schicke blaue Hemd hat. Vielleicht hat die Polizei ja auch die ganze Zeit irgendwie nur Zelda gezaukt. Der Zell-Shade-Look verrät, dass es sich eher um ein fröhliches Zelda handeln könnte im Stil von Wind Waker oder Minish-Camp. Aber Nintendo war es erst zu überraschen. Das ist richtig, ja. Aber bevor wir es vergessen, für alle, die sich gefragt haben, ob das jetzt wirklich Link ist, er sieht ja so ein bisschen androgyn aus. Sehr ein bisschen. Ja! Es ist Link und er bleibt männlich, auch wenn man es ihm nicht ansieht. Nächstes Jahr dürft ihr euch dann in die Hautskookiri versetzen. Aufmerksame Zuschauer konnten entdecken, dass der Gute im Trailer zudem auch Armstulpen trug, die denen von Ganon recht ähnlich waren. Egal wie genial das neue Zelda auch sein wird, es wird schwer haben, Ocarina of Time, mein Lieblingsteil, zu schlagen. Oh! Über das Zelda-Universum haben wir euch ja schon einige Dinge gefragt, aber was ist eigentlich euer Lieblingscharakter? Außer Link natürlich. Genau. Und außer Zelda. Vielleicht die kleine dumme Fee oder die Eule. Und außer den beiden. Wir machen uns ja ständig Sorgen, was in unserem Futter ist und es gibt 10 Millionen verschiedene Diäten. Uns auf die Finger hauen wir, wenn man wieder zu fettiges Zeug isst. Aber nicht nur im Festen, sondern auch im Flüssigen sind einige Dinge enthalten, die unserem Körper nicht unbedingt so gut tun. Nein! Also Zucker und diese ganze E-Scheiße und ihr wisst schon. Deswegen gibt es ab nächstem Jahr für 99 Dollar den sogenannten Vessel. Einen intelligenten Becher, der für euch Zucker, Fett und andere Inhaltsstoffe für eure Getränke anzeigen kann. Mithilfe von Sensoren wird der eingefüllte Drink analysiert und in einer Anzeige außerhalb des Bechers werden euch dann die Daten davon angezeigt. Also Inhaltsstoffe und so. Ist gruselig. Übrigens, Vessel ist kein, nicht von Ikea entwickelt oder so. Hört sich da so an von dem Namen her, aber nein. Komm nicht. Irgendwas Ami. Wie schade. Zudem könnt ihr mittels App euren Flüssigkeitshaushalt nachverfolgen, also den eigenen. Vielleicht können wir irgendwann einen Becher pinkeln, anstatt zum Arzt zu gehen und der sagt uns dann, was wir für eine Krankheit haben. Ja, sie haben übrigens Syphilis. Ich hoffe da ganz kurz, dass ich das mitbekomme. Also du meinst wohl hoffentlich einen anderen Becher und nicht den, aus dem du trinkst, oder? Ey, das soll 99 Dollar kosten. Die Zeiten sind hart. Was würdet ihr als erstes mal scannen wollen? Denn, bis auf Philippe's Urin vielleicht, kriegt er auch nicht. Guten Morgen Menschheit, er nennt sich den Fischer. Komiker und YouTuber, kein Maurer oder Tischler. Guten Morgen Menschheit, er nennt sich Cole Hörster. Redaktor bei Was geht ab, kein Jäger oder Förster. Rätsel 1, was ist er? Hast du es schon erkannt? Ist link schon eine Frau oder immer noch ein Mann? Rätsel 2, aufgepasst. Kennt ihr die Klu, die Beta kommt? Vielleicht gehörst du ja dazu. Rätsel 3, was wird dir der Becher sagen? Gieß irgendwas hinein, er beantwortet die Fragen. Rätsel 4, welche Farbe hat dieses Mobiljahr? Rot. Rot. Ist doch klar. Hier ist Rätsel 5, was muss am Ende sein? Wiedersehen. Tschüss, bis bald. Haut rein. Embassy Täern